und und damit sind wir wieder bei der nächsten folge der blöde Pony Island und ich vergesse wieder den Spielnamen wie immer also zum Glück steht er hier ja wir machen weiter und da wo wir jetzt mal aufgehört haben und los geht's fortfahren wenn du die nicht anfasst also wir sind das die alte Pony und wir haben Bugs wir haben Bugs da ein net verpacktes Spiel jedes Mal ein Bug wenn wir die nicht anführen meinte der verschwinden sie ok also rühren wir sie nicht an ja stimmt ja ich weiß es war auch nur ganz kurz jetzt dazwischen danach egal das ist mir gerade eben wieder eingefallen ja und da kommen die Schmetterlinge die wir wegpusten müssen dann gemacht gemacht nana na nana je um es geht ja gar nicht ist die ich finde selbst mit den sind das Schlimmste auf der ganzen Welt er wird in Pony Island ja neben Donald Trump sind Schmetterlinge das Schlimmste auf der ganzen Welt ja ich finde die sogar noch schlimmer er kann man auch sagen vielleicht wollen sie ja die Welt übernehmen ja Kitzel Kürzinger und Kitzel ich kann es werden zwar nicht vorstellen wie ein Schmetterling nicht kitzelt aber um mich jetzt gestorben es ist mehr das Schmetterling 3 Smetterling 2 3 2 Smetterling 2 Butterfly Präzision gefragt das finde ich auch lustig auf Englisch heißen die ja wirklich Butterfly ja weil man früher dachte die gehen an die Butter nein eigentlich würde es ja Butterfliegen heißt ja übersetzt auf Deutsch genau ja ja Kurz unterbrechen und weiter geht's Butterfliegen Butter fliegen Achtung das da na 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 macht sie platt die Schmetterlinge kack Schmetterlinge Schmetterling weg 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 Achtung 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 Zack, 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 pust, pust, pust. Ja, und jetzt wieder ein schöner Tor-Procours, zum Glück haben wir die Flügel, und hops, hops, hier im Hintergrund schon wieder ein Bug, das heißt irgendwas ist hier nicht ganz richtig in Pony Island. Ja, das ist ja auch der Teufel, der Programmiert, der Programmierteufel. Pizzastettenbestellung ist auch aufgegeben. Genau, also hier, die Bäume backen rum, die Bäume backen rum, die Bäume sind Backbäume, Backbuchen, Backbuchen. Da sind wahrscheinlich Backflaumen dran, Backflaumenbäume. Und aus dem Bildschirm rausgeflogen. Das passiert mir immer wieder. Zack, zack, pust, 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 pust. Das Spiel ist ehrlich verpackt. Ja. Das so vom Teufel gewollt ist? Ich denke, es ist das Teufelswerk. Bödem. Genau. Ach, scheiße. So, wir versuchen das jetzt noch zu Ende zu kriegen. Ja. Ja, Mann. Bödem. Nein, euch blase ich nicht aus. Oh ja, weg. Oh ja, ich pust dich nicht weg. So. Einfach mit dem Mars draufklicken. Ach, Mann. Ich renne hier immer gegen. Kannst einfach mit dem Kaser draufklicken dann. Sehr präzise. Präzise. Präzise ist mein Middle Name. Einfach mit dem Kaser auf die Schmetterlinge direkt draufklicken. Dann killst du sie. Ja, die hier darf ich aber nicht killen. Nein, die nicht. Das sind gute Schmetterlinge. Das sind böse Schmetterlinge. So. Dann haben wir die. Wuhu. Wir haben es fast geschafft. Och, Mist. Willst du noch mal? Ja, gerne. Ich schaff das nicht. Oh, oh. Ich versuch mal so ein Glück als... Schmetterlinge. ...sich gegen Schmetterlinge verteidigendes Pony. Ja, das ist ein Pony. Weil es Schmetterlingspuster könnte man auch sagen. Schmetterlingspustendes Pony. Das... SPP. Ups. Da ist einer. Oh, da sind ganz viele. Achtung. Fliegen. 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 Schmetterlinge. Oh, jetzt habe ich es fast geschafft. Oh, genau. Premium-Modus haben wir freigeschaltet. Und den seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann.